so moment den brauchen wir also weg hiervon lass das werden 23 ok x ah nein nicht da drauf tschuldigung 14 ja das war falsch ich muss mir auf die nippel achten also mister x bekommen vier taxi 3 bus 3 u bahn wir bekommen 8 bus verändert sich bei unseren undergrounds was bei den undergrounds habe ich ne der kriegt immer dieselben karten nur die underground karten sind also 8 bus für jemand 3 einmal bus also kann sich jeder gerne schon mal im stapel taxi sind ich habe undergrounds gemacht china im player blue ich habe bloß den platz gewechselt damit wir uns direkt gegenüber sitzen nein ich habe den blauen unsichtbaren bereich weg gemacht achso ihr könnt gerne eure stapel nehmen der tiger ist ordentlich ja also online im spiel kann ich das ja sein hey you beer me ja danke genau und wer hat noch keine u-bahn-karten ach ich ja der der keine brauche einer hat mich noch aber 433 genau wer hat jemand jetzt irgendwie nur 3 in seinem stapel ich habe 8 bus na du china hat nur 3 da passt es doch mach das selber da äh wie kann man einzelne ähm karten zu einem stapel machen einfach wenn du so auf männer legst also wenn ich jetzt hier einen runter nehme und die müssen dann auch richtig gedreht werden genau in den privaten bereichen gehabt das aber nicht genau alles klar so ähm wo haben wir denn den würfel hin den hatte ich eigentlich nach rechts gelegt der liegt da ja ich hole 9 nein hier ist er da war er doch da ist er sehr gut ok dann würde ich die aufnahme beginnen 3 2 1 damit herzlich willkommen zu einer etwas kleineren aber immer noch sehr feinen runde scotland yard mit 3 detektiven und ein mr x wir müssen erstmal wieder rausfinden wer mr x ist ich fange einfach mal frech an zu würfeln mit einer 1 super ich bin es also nicht scheiße das ist noch nicht gesagt wir können alle noch 1 würfeln zählt das als wurf? nein du bist noch nicht dran gewesen oh schade bitte dann mach erstmal noch deinen wurf ne alof du bist schon dran das ist schon richtig oh ich bin es also definitiv nicht nicht sieht gut aus lalalala das toppe ich indem du die würfel vom Brett schmeißt na was habe ich gesagt sehr gut dann haben wir ja unseren mr x dann nehme ich dir die karten weg klub ähm ja klub deine mach dir einen schönen versteckten bereich mit f4 aber lass die karten am besten am besten gleich hier drüben liegen dann haben wir die äh können wir uns hier drauf schmeißen ja außerdem die karten selber dahin nehmen das ich mach das schon ok äh was muss ich im privaten bereich machen? äh dein dings dann umdrehen deine ziffernkarte achso mein startfeld genau ok hat jemand meinen spielstein weggenommen? ah da ist ich weiß auch grad nicht wo meiner ist da oben ist mr x auch mal dahin auch weg auch weg ha 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 gut dann darf mr x gleich als erstes seine oder nicht dein startfeld mischen nicht vergessen huch äh ich war noch auf f4 glaube ich ich glaub das muss ich irgendwie wie mach ich das ach einfach auf die hand klicken ne ja ja genau ok gut hat keiner gesehen ne? ne gut ist doch auch schon wieder am Arsch der Welt ey uh jetzt muss ich mich erstmal finden D13 ist irgendwo recht weit oben bestes startfeld 91 ist irgendwo rechts oben glaube ich ah da hinten ok diesmal sind wir ja richtig schön verteilt auch außer komplett West London haben wir mal ausgelassen da mag eh keiner hin ja dann äh fange er an Herr Ussel sagen wir uns wo er hinfährt das wollte ich nicht verraten aber ich ich nehme ein Taxi er nimmt ein Taxi ja gut ich glaube er steht äh keine Ahnung wo er ist einfach zu ich kann noch nicht so viel jetzt reißen aber ich fahre mal mit dem Taxi auf die 161 ich fahre glaube ich einfach zur 105 der Brücke ja 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 wo fahre ich denn ich habe so viele Optionen ja du kannst mit der U-Bahn aber das bringt ja im Moment nicht viel Fahr mit dem Taxi irgendwie im Kreis dass du wieder auf die U-Bahn kommst ich würde mal sagen ich würde mal sagen zur 23 habe ich übrigens noch ein paar Optionen ja das stimmt äh auf was kann ich denn überhaupt fahren das sieht man wieder so schlecht da kann man Taxi fahren und sogar Bus ja so also wo soll es hingehen frag doch nicht immer so provokativ aber schöner Versuch also nur auf dir nochmal als Erinnerung wir sehen ja deine Hand ja also wir müssen schon wissen wo du hin willst damit wir die richtige Karten geben können hm 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 ich nehme nochmal ein Taxi mach das jetzt fange ich an wie Salia doch natürlich in der letzten Woche wie kannst du dir merken diese Taktik nach einer Woche ja Bus hier auf die U-Bahn-Station ja ich mach das eben so wär's wenn ich auch Busfahrer zur 67 runter obwohl nee nee das ist ja gut abgedeckt schon eben dann Alov aber vielleicht wär durchaus eine U-Bahn gar nicht schlecht falls wir halt ganz woanders sind dann kommen wir schnell in die richtige Richtung fahr ruhig auf das U-Bahn-Feld ja wieder zurück zum Startfeld fahren wir nochmal Taxi und dann bitte Ozil wo steht er und wo hat er angefangen kannst du dir gerne vorlesen äh darf ich dann erst den Zug machen du musst mich dann zeigen oder muss ich mich erst zeigen du machst erst den Zug und dann zeigst du dich wo du sitzt damit wir jetzt genau wissen wo du bist okay ähm dann nehme ich nochmal ein Taxi ach ich muss immer meinen Stapel suchen der da oben ne der ist ganz links ja ich wollte immer erst bei dir nehmen aber du kannst jetzt gerne den ganzen den ganzen Weg sagen ich hab das ganz gerne zum nachvollziehen wo hast du angefangen Moment Moment ich muss grad nachgucken so äh gib mir mal das Teilchen so ich habe angefangen na was schätzt ihr wo könnte ich sein in West London irgendwo an der Demse bist du sicher ja ne sag mal ich habe angefangen auf der 94 sag ich doch das ist doch zu kotzen das Spiel bin dann weiter auf die 75 dann auf die 59 und dann auf die 76 leckt es mich am Fuß so ja schön gell ich fahr U-Bahn wäre ich doch mit der U-Bahn zu 46 gefahren naja das hätte jetzt auch nicht so viel geändert gut ich fahre mal U-Bahn ähm Mr. X das war jetzt die Einschränkung von Mr. X dafür dass wir einer weniger sind er hat ein Black Ticket weniger oh ein Black Ticket ja wenn man die zu benutzen weiß sind die richtig gut weil er hat die nicht gebraucht die hat so hingekriegt aber ich benutze die eigentlich immer komplett gut kommt drauf an wo man steht wie man wie anderen planen und so weiter und so fort gut ich mach das sehr gerne dass ich dann auf bei einem sichtbaren Feld auf einer U-Bahn stehe und dann sage ich ja ich fahr schwarz und zweimal und dann wissen sie gar nicht mehr wo das ist Mr. X ist gezogen du warst auf der 76 ne? ja ich nehm mal an dahin nicht an dass er dahin ist auch nicht an dass er dahin ist trotzdem fährt Schena jetzt erstmal auf die 58 aber erstmal fahr ich hör auf meine Gedanken zu lesen ja das kann ich gut äh ja fick die Henne wo fahr ich denn hin was laufen solche Mindgames mit mir ja das kann ich manipulieren kann ich gut ne? ja ich werd mal nochmal U-Bahn fahren ja warte mal ich muss erstmal überlegen wo ich hin fahr äh ich fahr mal hier mit der U-Bahn naja mit der U-Bahn ist voll die Verschwendung ey war äh 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 sehr intelligente Ausdruck ja ich danke ich weiß ja ich fahr U-Bahn fick doch die scheiße ich kann ihn schon fast riechen hm versteh ich gar nicht ja auf der 58 ist er nicht das heißt ne auf der 58 hätte er eh nicht sein können auf der 59, 60 oder so war er jetzt gerade ja bitte fahren 61 wäre er noch gegangen 61 stimmt aber da wäre er sehr nah an dich rangekommen macht manchmal nichts also ich bin mal wieder am Zug ähm Moment ich wollte schon wieder den falschen Kartenstapel nehmen ey ähm ja ich nehme ein Taxi außer ich habe mich gerade getäuscht Moment äh ja ne doch passt passt Taxi passt nehme ich an dass er da ist wie sollte er da hinkommen? er stand auf der 76 als wir ihn gesehen haben Taxi aber da ach ne Tegas war auf der U-Bahn ja das ist ein Bingo nein wer weiß da fahre ich hin da fahre ich hin bitte mitte de Bus fahr gerne Bus Spaßmann ist immer drauf aber Bus ist schön ah Freunde der Sonne ich bin ja gerade am überlegen ob Tiger vielleicht zurück zur U-Bahn fährt kann sein dass er versucht hat um uns rumzuschiffen das habe ich auch überlegt aber ich wäre sehr riskant hm ich weiß nicht so richtig wo ich hin soll weil also wenn er mit Taxi Taxi wäre jetzt hier wenn er zu der U-Bahn will dann würde er jetzt auf dem Feld stehen wo er nächste Runde sterben könnte ne ne er hätte ja von der 76 zu der 61 fahren können und dann wäre er jetzt auf der 46 ja okay das kann sein aber das wäre auch weil du da stehst und Tiger ja du kannst es natürlich trotzdem ausprobieren aber ich glaube das nicht ich glaube er versucht sich zu verdrücken aber das kann natürlich auch sein dass er irgendwie versucht nach da oben zu kommen könnte ja auch hin und her gehen wer weiß es ja 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 da auf uns zu verwirren oder er steht hier und will auf die 76 dass er dann eine U-Bahn fahren kann aber ich nehme an er steht vielleicht will ich auch Boot fahren aber da oben gibt es kein Boot ne ne da oben ist kein Boot schade es gibt Leute die behaupten dass du mit diesen schwarzen Linien hier in dem Hype Park auch umfahren kannst aber da die teilweise sonst wo enden würde ich sagen nein Black Ticket ich fahre dann einfach mit dem Taxi hier auf die 78 oder ja mach das ich bin auch immer am überlegen die ganze Zeit schon wo ich hinfahre von 58 aus ja zurück zu 46 zu 74 oder zu 75 oder ich meine wenn die Vermutung stimmt dass er unten auf der 95 steht wäre die 74 mit am besten also es kann sein dass er jetzt auf der 46 steht ich sag nix danke Ossl danke es kann sein dass er jetzt da steht ich zweifle das an aber du könntest es natürlich absichern ich nehme an dass er dahin ist und dass er jetzt hier runter will ja gut da sicherst du ja im Endeffekt momentan ab ganz genau deswegen geh ruhig auf die 46 also noch mal Bus wieder zurück den Weg den ich gerade gekommen bin weil sonst rennen wir alle in die selbe Richtung er fährt in eine ganz andere und dann stehen wir da haben wir gewonnen Ossl ja ne ne habt ihr nicht das überrascht euch nicht aber die Möglichkeit hat bestanden ja dann sage er was er hat ein Runde 8 muss ich mich erst wieder zeigen hm ja jetzt muss ich überlegen ja mhm Tiga ist gerade die Raubkatze im Käfig die immer hin und her läuft das ist ja im Endeffekt das was Saliyah am Ende machen Á lis das ist richtig mhm hm hm hhm hh mhm hhm hhm schwierig Das Board wurde aber schon oft geknickt Das sieht aus, als hätte es jemand Eigens eingescannt Hat er auch, aber es ist Der Original-Scotland-Giard-Charme Weil das sieht tatsächlich immer so aus Fällt auch gerne mal ein Teil ab Ich nehme wieder mal ein Taxi Wer hätte es gedacht Ich nehme wirklich an, er stand da Sonst hätte er jetzt nicht groß überlegen müssen Weil ich habe gesagt, er will hier runter Und es kann sein, dass er jetzt gesagt hat Okay, ich fahre nicht da runter Weil alle denken, ich fahre da runter Und versucht auf die 93 zu kommen Das heißt, er steht jetzt auf die 94 Ich weiß es aber nicht Ich sage nur, es sind Vermutungen, was ich hier alles raushaufe Er hat halt noch zwei Züge Ich fahre jetzt auf jeden Fall auf die 93 So oder so ist das nicht schlecht Dann muss ich euch tatsächlich mal kurz alleine lassen Das kannst du nicht machen Doch, das tut mir leid, ich beeil dich Tja Der Spielleiter ist weg, jetzt können wir behumsen Ach nee, das wäre für mich gar nicht gut Wieso, wir müssten doch bloß mal in dein privates Notepad reingucken Ich könnte natürlich auch auf Public klicken Aber das wäre auch schlecht Ja gut, das bringt ja nichts Mir nicht Uns auch nicht Weil das sind unterschiedliche Notepads Die sind extra getrennt Ah Nebenbei ein sehr schöner Avatar-Tiger Danke Kommt mir irgendwie vor, als hätte ich das schon mal in Begleitung von einem Panda gesehen Nein, sehr unwahrscheinlich Nein, sehr unwahrscheinlich Schade Ein Panda? Kung-Fu-Panda Da war doch eine Tigerin dabei, die sah doch so ähnlich aus Ah, ja Nein Nicht? Die hatte auch was Rotes an, oder? Und wenn, dann haben die von mir abgeguckt Okay Die Zeichnung Der Schöne-Tiger Die Zeichnung datiert auf vor 2000 Wow, so alt schon Ja Die Zeichnung, oder? Die wurden noch in den Markt bezahlt Ach ja, die D-Mark Da habe ich noch einen ganzen Stapel hier liegen Hat mich 50 D-Mark gekostet Hm Aber von nix kommt nix Als Schüler ist was teuer Absolut Ich habe mal so Trading-Cards-Games hier von Star Trek gekauft Da habe ich auch fast mein ganzes Täschengeld für ausgegeben Da habe ich noch original verschlossene Päckchen hier Ernst? Ja Ja, ich habe das nie groß gespielt Ich habe die gesammelt, aber nie aufgemacht Auch im Offenwahrer sind sie bei mir schon Ja, ich auch nicht Ich glaube, ich gehe 277 Und andererseits, wir sehen ihn ja nächste Runde immer noch nicht Ne, ne, das ist Ich würde dann so eventuell zu 34 fahren 34 ist wo? Ist von meiner Position aus nach rechts Da war eben dein Zeiger, glaube ich, fast drüber Ah, okay Ja, ähm Also die Sache ist, wir werden ihn jetzt eh nicht einkreisen Dafür ist der Ossl, glaube ich, zu schlau Naja, schlau und ich in Verbindung Das trifft es manchmal nicht Na gut, aber ich meine halt so gerissen 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 Bin ich dran, oder was? Nee, nee Wir haben auf dich gewartet Achso Ach, ihr habt gar nicht weitergemacht Wir sind noch am Rätsel, wie wir am besten ziehen Weil das ist Ich meine, wenn er wirklich bei der 94 steht Dann muss Arlof im Endeffekt in die Richtung Du auch Ja, wobei wir da nicht hinkommen, bis er sich zeigen muss Ja Andererseits könnte er uns auch durchgeschlüpft sein Momentan auf dem Weg Richtung Ost-Dondon sein Das ist auch richtig Darum ist meine Überlegung, dass ich eventuell zu 34 fahre Ist kein ganz so großer Sprung Das kannst du tun, ja Ich fahre, denke ich, trotzdem mal zur 77 Ja, auch das kannst du tun Wir wollten dich schon an unseren Überlegungen beteiligen haben lassen Ja, ja, das du Dann, äh, Ossl, bitte Äh, Ossl, es oselt Gesundheit Ja, es ist nur Husten, das ist das Schlimme Ist ja auch eine Krankheit Okay Ich fahre Bus Oh, welch wundern Huch, jetzt habe ich es extra falsch rum gedreht Wer haut denn da in seine Tasten? Das war ich kurz, Entschuldigung Kein Problem Das wirst du in Zukunft noch erkennen Meistens, ja Immer Also von mir aus dürft ihr Super Bus ist er gefahren Es kann natürlich jetzt auch schön verwirrend sein, dass er mit dem Bus gefahren ist, weil er gar nicht hier steht Weil hier macht es relativ wenig Sinn, jetzt Bus zu fahren Ja doch, wenn man zu 74 will Ist der einzige Weg dahin Das ist korrekt Oder er war doch schon hier auf der 122 auf dem südlichen Park und ist jetzt hier zur 144 zum Beispiel gefahren Auch korrekt Zwei Möglichkeiten gibt es, wenn unsere Überlegungen denn korrekt sein sollten Oder er ist zu 93 Das geht auch Ja Ich fahre auf jeden Fall auf die 122, egal was ist Echt? Was habe ich denn? Ja Was würdest du denn sagen? Du kannst halt auch direkt zur 144 von der 123 Das stimmt Das habe ich nicht gesehen Das ist natürlich so ein Risky Shot, aber Ja, da ist er auch nicht, sonst hätte er jetzt schon Einen Risky Shot? Habe ich hier Sonst hätte er jetzt schon laut aufgeheult, aber nee Da war er nicht, aber es macht nichts Vielleicht habe ich mir auch extra den Mund zugehalten Oder Microphone Mute Bist du jetzt tot oder nicht? Ich weiß nicht, Moment, ich gucke mal Ah, da ist ein Loch im Bauch Ach nee, das ist der Bauchnabel Er ist nicht tot, danke Nein, ich lebe noch So, ähm Ich fühle mich so Ich weiß auch nicht Ja, das Runde 8 erst ziehen, dann zeigen, ne? Ja Okay Ah, VfD 94 VfD 94 Okay Das war ich mit der Figur, also Ja, ich würde eigentlich gleich wieder zurückfahren zu 46 Weiß ich nicht, weil Falls er wirklich auch mal 74 steht, könnte er da hinfahren mit einer U-Bahn-Karte? Stimmt Ja, dann mach Wenn man jetzt einfach rauskommt, wo ich hier oben links noch ist, in der Ecke Das ist Wir werden es erfahren Wo warst du? Bei R3? Warst du hier oben irgendwo? Ne, ne, 59 oder 76 war es 76 war es Dann erzähl uns mal den Weg gleich Okay, ähm, Moment, wo habt ihr mich das letzte Mal gesehen? Auf der 76, glaube ich Ähm, dritter Zug Dritter Zug, okay Ne, Moment, da muss ich das Teilchen hier nehmen Äh, dritter Zug war Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Da nicht Äh, ich such grad wie blöd er so Eins von den beiden, 59 war es Dann bin ich hier runter Bin hier hoch Ja Hab mich ein Feld hinter Schena gestellt Der da gestanden hat Alter, scheiße Ähm Dann bin ich wieder hier hin Ja Dann bist du mit dem Bus Und dann bin ich mit dem Bus hier hin Und Schena hat mich gekillt Ah Wäre er nicht zurückgegangen Da hab ich hochgepokert Alter Ich wollte direkt ihm hinterher Weil ich gedacht hab, er dreht doch niemals um Alter Sehr schön Sehr nice Das hätte ich jetzt nicht erwartet Schön, schön Ja, ich hatte auch gedacht Ich könnte da jetzt durchschlüpfen Aber irgendwie da in dem Plan waren die Motten Ja gut Dann, äh, weiß ich nicht Habt ihr noch Lust auf noch ne Runde Weil es war jetzt ne kurze Aber, oder sagt ihr Reicht euch anderthalb Stunden Wir könnten's auswürfeln Ich denke, das reicht Alles klar Gut Dann würde ich sagen Äh, ich schmeiß nochmal den Tisch um Das hätte ich doch machen müssen Ich habe verloren Eine sehr, sehr schöne Runde Und er fällt Er fällt sehr tief Das ist eine sehr hohe Hohe Eine hohle Gasse Man muss sich mal vorstellen, wie klein wir also sein Ja, wir sind so Ameisen Im Universum Äh, ja, vielen Dank Dass ihr dabei wart Gerne, gerne Und, äh, ich hoffe beim nächsten, äh, Spieleabend Seid ihr auch wieder mit dabei Ja Mal gucken, was wir dann spielen Das muss ja dann immer erst diplomatisch, äh, gewählt werden Äh, diplomatisch, demokratisch meine ich Gewählt werden Und dann gucken wir weiter Ja, dann, äh, allen Zuschauern noch ein Schönen Tag Schönen, schönen Vormittag So Vormittag Ja, wer das jetzt abends guckt, muss das Video anlassen Oder am nächsten Tag morgens noch mal gucken Ja, mindestens Das ist klar Gut, äh, tschüss Tschüss Tschau Bringt Bier mit Ciao Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020